Aloha! Ich hatte letztes Jahr leider einen fetten Wasserschaden in meiner Wohnung und musste mit Familie und wenig Gepäck in eine kleine Gästewohnung ziehen. Nun saßen wir da und hatten wenig zu tun. Und was macht man da, wenn man wenig zu tun hat, jede Nacht und mit seiner Frau auf engstem Raum zusammenhängt? Ihr wisst schon. Unanständiges Tätigkeitswort mit F. Genau, Final Fantasy spielen. Und das hier sind meine Gedanken zu Teil 15. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ausgerechnet 15? Die Reihe hatte doch viel bahnbrechendere Momente oder größere Nostalgiebomben. Weil ich irgendwie eine seltsame Hassliebe dafür entwickelt habe. Hassliebe ist zu stark. Nennen wir es lieber Unmutsmögelei, um keine zu starken Vokabeln zu verwenden. Irgendwie mag ich es mehr, als ich eigentlich sollte und eigentlich zugeben möchte. Andererseits schreit es einem auch dauernd ins Gesicht, dass es eigentlich ganz schöner Schrott ist. Und dabei beginnt es sogar mit einer Referenz an einen meiner Lieblingsfilme. Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen? Ist ja schon gut. Will keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Wisst ihr, früher hätte es mich mehr aufgeregt, dass sich ausgerechnet der Kitschverein von Square, das wird doch eh nix traut, ein gefühlvolles und mitreißendes Werk wie Stand by Me zu zitieren. Pokémon? Ja, das ist okay. Aber Final Fantasy? Äh? Inzwischen bin ich dabei entspannter, einfach weil ich weiß, dass es noch viel schlimmer sein könnte. Schaffen wir also als erstes direkt die Stand by Me-Vergleiche aus dem Weg, bevor ich mehr ins Detail gehe. Der Prolog zeigt die Hauptfigur als Erwachsenen, dann folgt ein Sprung in die Vergangenheit, wo die eigentliche Geschichte stattfindet. Man begleitet vier Jungs. Sensibelchen, Fan-Favorite, Streithammel und Nervensäge, den die coolen Kids nur aus Mitleid mit rumhängen lassen. In Stand by Me suchen vier Jungs das Abenteuer, in FF 15 suchen vier Jungs den Plot. In Stand by Me hat einer einen Egel an den Eiern, FF 15 hat ein Egel, das sich zum Ei macht. In Stand by Me geht's um eine Leiche, in FF 15 geht's um Leich. In Stand by Me reden die Jungs über Titten, aber es gibt keine zu sehen. In FF 15 gibt's Titten, aber keiner redet drüber. Zur Sache. Und ab hier werde ich knallhart spoilern. Nur zur Info. In Final Fantasy 15 begleiten wir Prinz Noctis, den Thronerben des Königreichs Insomnia. Er ist auf dem Weg zu seiner Hochzeit und soll mit dem Papst dieser Spielwelt auf einer Insel vermählt werden. Doch gerade als Noctiboy dabei ist, die Fähre zu betreten, kommt in den Nachrichten, dass seine Heimat angegriffen wurde. Das verfeindete Imperium Niflheim hat Insomnia erobert und der abwesende Prinz ist fortan auf der Flucht. Im Laufe des Spiels soll Noctis nun die Nation zurückerobern, denn die Blutlinie der Könige ist volle Kanne, toll und potent und gibt ihm Superkräfte, mit denen er diverse Superwaffen, Supergötter und Superfische für sich gewinnt. Während all das passiert, taucht immer mal wieder ein zwielichtiger Landstreicher auf, der Noctis manchmal hilft und manchmal in Schwierigkeiten bringt und der gerne mal Jack Sparrow in Fluch der Karibik geworden wäre, aber es nur für Gambit in X-Men Origins reichte. Wie in JRPGs üblich, ist das böse Imperium aber in Wirklichkeit nur Mittel zum Zweck für eine noch größere, böserischere Bedrohung, die in seiner Mitte lauert und die am Ende vom auserwählten Prinzchen zur Strecke gebracht wird. Man muss diese Namensgebung lieben, oder? Wo wohnt das böse Imperium in Niflheim, also weit weg von Subtilistan? Kann ich mir richtig vorstellen, wenn man in dieser Welt nach dem Weg fragt. Die Handlung und die Spielwelt klingen jetzt erstmal etwas plump, aber tatsächlich stecken in beiden gute Ideen drin. Die Verkettung der Themen Götter, Technologie, Magie und Aliens ist schon längst ein Markenzeichen der Final Fantasy Reihe und funktioniert auch hier wieder ganz gut. Zumindest dann, wenn diese Dinge denn präsent sind. Auf der einen Seite besuchst du einen gewaltigen Titan, der ganz im Atlas-Style einen Meteor trägt und später erfährst du dann, welchen Einfluss jener Meteor auf die Welt hat. Doch zwischen diesen beiden Dingen liegen halt 20 Stunden Campingurlaub, Giraffen verprügeln, Autoteile suchen, noch mehr Giraffen verprügeln, Fotos für den pummeligen Klischee Neckbirt machen, frische Fische fischen und besonders viele Giraffen verprügeln. Chefdesigner des Spiels, Tetsuyo Nomura, musste als Kind nämlich mit ansehen, wie seine Familie von einer Herde blutrünstiger Giraffen zerfleischt wurde und aus Rache gibt er nun jedem seiner Protagonisten diese Frisur hier. Ein Grundproblem von Final Fantasy 15 ist einfach, dass es auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen will, obwohl Noctis nicht mal seine eigene auf die Kette kriegt. Es will Open World sein, mit allen Vor- und Nachteilen, die dieses Genre mit sich bringt. Aber gleichzeitig will das Spiel auch das typische handlungsfokussierte JRPG mit viel Plot, Wendungen, langen State of the Art Zwischensequenzen und metrosexuellen Superschurken sein. Es gibt nur leider ne Grenze, wie dringlich ich die Rettung der Welt empfinden kann, wenn ich vorher tagelang in Ruhe sämtliche Raststätten an der Autobahn durchprobiere. Und um eurem Gegenargument direkt vorweg zu greifen. Ja, ich weiß, dass das in älteren RPGs auch so war. Aber dort war das Zeitgefühl völlig anders, beziehungsweise die Zeit verging eben nicht, bevor du in der Handlung weiterspielst. Alles war in einem Jetzt-Zustand. Bei Open World-Spielen hingegen ist es ein wichtiges Merkmal, dass Zeit vergeht und gerade FF15 stößt dich mit seinen Abendaktivitäten dauernd darauf. Das wäre alles ja kein Problem, wenn das Spiel den Einsatz, um den es geht, einfach etwas runterdrehen würde. Statt Rette die Welt, Thronerbe, vielleicht wirklich einfach nur. Mach nen Junggesellen-Abschieds-Roadtrip, Knabe aus der Mittelschicht. Und unterwegs erledigst du Quests, um die Reise zu finanzieren. Nur leider ist das hier ja Final Fantasy. Also ist der Weltuntergang das Mindeste, um das es gehen muss. Und natürlich muss auch ein großer Zauberkristall und jede Menge Tragik drin vorkommen. Während du durch die Gegend kachelst und Pommes fressen gehst. Ja. Noct, die Gattin ist erwacht. Nicht schlecht, Noct. Es kommt mir alles so diskonnektiert vor. Nichts wirkt so wichtig, wie der Plot es eigentlich verlangt. Sogar die Missionen der Hauptquest. Es wird ein riesen Bohai darum gemacht, dass Noctis die großen, mächtigen Königswaffen finden muss. Und dann findest du sie alle irgendwie so nebenher und wirklich brauchen tust du sie so selten, dass ich meistens vergesse, dass ich die überhaupt habe. Oder man führt Nebenfiguren ein, die du dann ohne nennenswerten Aufbau in dein Herz schließen sollst. Hallo Opa, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie du mit Noctis in Verbindung stehst und was du ihm bedeutest. Aber eine halbe Stunde später wird Opa offscreen abgemurrkst und jetzt soll ich als Spieler voll traurig sein und mitleiden. Und nicht zu vergessen Dustin. Ich hab keine Ahnung, wer Dustin ist, aber er taucht manchmal im Spiel auf und ist dann halt da. Das ist so eins meiner großen Probleme hier. Es hat eine Wagenladung Figuren, aber nur wenig Persönlichkeiten. Und die Charaktere, die eine Persönlichkeit besitzen, entwickeln sich, mit Ausnahme von Noctis und vielleicht noch prompto im DLC, nicht weiter. Gladio ist am Anfang des Spiels noch der gleiche Gladio wie am Ende des Spiels. Gratuliere, selbst Quina hatte mehr Charakterentwicklung. Quina! Reden wir also einen Moment über die wichtigen Charaktere. Neben Prinz Noctis gibt es seine drei angestellten Freunde. Ignis, Prompto und Gladio und das ist etwas, das mir legitim gefällt. Du hast eine kleine Heldengruppe, die von Anfang bis Ende zusammenbleibt und sich nun mal ganz selten kurz aufsplittet, aber eben nie dauerhaft. Dadurch hast du halt nicht diese verspäteten Teamzuwächse wie in anderen Spielen, die bereits die halbe Geschichte verpasst haben und jetzt aber trotzdem so eine enge Bindung zu dir haben sollen, wie die Gefährten der Stunde Null. Manche Leute stürzt nicht, aber ich konnte nie was mit Figuren wie Mahagon in FF9 oder Sid in FF7 anfangen oder diese Ghisarai Dame in Neverwinter Nights 2, deren Namen ich mir nicht mal merken kann oder Artea in Lufia oder J.Frock in Scooter. Dieses Quartett geht von Anfang bis Ende durch dick und dünn und dieses beste Freunde für immer Ding ist quasi FF15s Identität. Noctis ist der Anführer, aber das nur durch Geburt und nicht durch Tat. Und das meine ich keinesfalls als Kritik, sondern es ist ein wesentlicher Aspekt der Handlung und seiner Charakterentwicklung. Er wird von der Situation und seiner Verantwortung völlig überfordert und muss erst in die Anführerrolle reinwachsen. Nicht umsonst startet er als Prinz, soll aber plötzlich von jetzt auf gleich König sein. Leider entschied man sich bei Squaresaft diesen Reifeprozess dadurch darzustellen, dass Noctis im Grunde ein quengelnder Teenager ist. Faul, kommt morgens nicht aus dem Quark, schnell von allem genervt und trägt trotz Marsch durch die Wüste nur schwarze Kluft. Gut, das tun seine Kumpels auch, aber bei denen ist das ja quasi Dienstkleidung. Tipp von mir, man kann die Jungs auch umziehen. Die Wechselsachen sind auch nicht das Gelbe vom Chocobo, aber allemal besser als durchgängig schwarz-braun ist die Kuponus. Die einzige Sache, bei der Noctis wirklich aufblüht ist... Angeln? Yeah, angeln! So motiviert sieht man dich selten. Wenn ich an schwarz gekleidete Edge Lord Jugendliche denke, dann denke ich auch direkt, dass das voll die leidenschaftlichen Petri-Jünger sind, die nach der Schule erstmal die Lurre auswerfen gehen. Und nein, das ist kein geflügeltes Wort für Selbstbefriedigung. Glaub ich. Ich hab nicht mal was gegen's Fischen, aber das Spiel hat so eine eigenartige Faszination, beinahe Besessenheit damit, dass ich mich schon frage, ob da nicht einer der Entwickler sein Lieblingshobby unbedingt prominent einbauen musste. Angeln ist eine der umfangreichsten Nebentätigkeiten, die dir das Spiel die ganze Reise über immer wieder aufdrängen möchte. Du bist gerade auf einer Mission zur Rettung der Heimat oder bei einer Monsterjagd. Du kommst einem Tümpel in einem versifften Industriegebiet vorbei und alle vier einstimmig geil angeln. Fucking Barmut kann warten. Noctis muss erstmal einen Barsch an Land ziehen. An sich ja eigentlich gar keine doofe Idee, dem sonst eher uninteressanten Helden so einen ungewöhnlichen Faible zu verpassen. Dadurch prägt er sich besser ein. Was daran eigentlich bizarr ist, ist das Verhalten der drei anderen. Also dass nicht wenigstens einer davon ein Stellvertreter für all die Spieler ist, die jetzt nicht so aufs Fischefangen scharf ist. Gerade der aufgekratzte Prompto muss sich doch zu Tode langweilen, aber er beschwert sich kein einziges Mal. Es ist ja nicht mal so, als ob alle vier angeln würden. Nein, nur Noctis hat eine Beschäftigung und der Rest steht hinter ihm rum und wartet, bis er fertig wird. Stundenlang. Tagelang. Apropos Prompto. Er ist der Sprücheklopfer im Team, der nie den Sabbel halten kann, der aber eigentlich nur seine Unsicherheit hinter einer dauerfröhlichen Fassade verbirgt. Außerdem hat er ein Interesse an Mechanik und will so ein bisschen der beste Kumpel des Helden sein. Kurzum, er ist eine nahezu 1 zu 1 Kopie von Xcel aus FF8. Das ist nicht zwangsläufig schlecht, fällt aber einfach auf. Seine zwei wichtigsten Tätigkeiten für das Spiel sind jedoch Pistole schießen und Fotos schießen. Das mit den Fotos ist ein nettes Feature. Prompto macht automatisch Schnappschüsse während des Tages und abends vor dem Schlafen gehen, kannst du sie dir dann ansehen, aussuchen und speichern. Du bist begabt, Prompto. Hahahaha. Are you sure about that? Dadurch entsteht ein Gefühl von Zeit. Tage verstreichen nicht einfach so, sondern die Jungs erleben was und dokumentieren es. Ansonsten war Prompto für mich über weite Strecken von FF15 der uninteressanteste Charakter, da er in erster Linie Comic Relief und nicht viel mehr ist. Später stellte ich dann fest, dass das daran liegt, dass knapp 90% seiner Hintergrundgeschichte ausgelagert wurde. Aber über das Thema reden wir noch. Gladio ist so der Mann fürs Grobe im Team, er ist Noctis Bodyguard und gleichzeitig sein ärgster Kritiker. Er erwartet viel von seinem künftigen König und ist darum schnell gereizt, wenn dieser rumjammert oder sich hängen lässt. Du Losche! 1A eingesprochen. Super Leistung. Losche! Gladio ist die Sorte Freund, der dir den verdienten Tritt in den Hintern gibt, wenn du in Selbstmitleid versinkst. Das ist ne Weile ganz interessant, wird aber gerade gegen Ende des Spiels ziemlich penetrant. Achja und er baut das Zelt auf beim Campen, ganz wichtig. Zum Schluss haben wir Ignis. Er ist der beste Charakter im Spiel und alle lieben Ignis, sowohl die anderen Figuren im Bildschirm als auch die Fans vor dem Bildschirm. Er ist verantwortungsbewusst, zuverlässig, unaufdringlich, Noctis engster Berater, er fährt das Auto, er kocht auf der Reise und seine Gerichte geben verdammt gute Buffs. Er ist der Stratege im Team, er weiß wo es als nächstes hingeht. Er leitet geheime Militäroperationen. Ähm... Halten wir fest. Noctis angelt, prompto fotografiert, Gladio baut das Zelt auf, Ignis macht alles was wichtig ist. Außerdem trägt er Klamotten, die nicht aussehen, als hätte jemand nen Viva Moderator ausgeraubt und er trinkt in etwa so viel Kaffee wie ich. Eindeutig der beste Charakter am Spiel und locker der zweitbeste Ignis in einem Videospiel überhaupt. Wenn das hier Herr der Ringe wäre, dann wäre Ignis, Sam und Gandalf in einem. Also die zwei Gefährten, ohne die nix gehen würde. Gladio und Prompto sind Boromir und Pippin und Noctis ist... Eowyn. Keiner nimmt ihn ernst, aber am Ende darf er den Hexenkönig töten. Es gibt in dieser Gruppendynamik spät im Spiel einen harten Knick, den ich hier gerne ansprechen will, aber ich möchte trotzdem nochmal Spoilerwarnung geben. Okay? Okay. In der zweiten Spielhälfte geraten die vier Freunde in eine Schlacht, bei der Ignis sein Augenlicht und damit im Kampf seine Bedeutung verliert. Das hatte mich kalt erwischt, da ich dem Spiel so einen Bruch des Status Quo gar nicht zugetraut habe. Das hier ist quasi Eris bei der 50%-Marke killen, nur effizienter, weil ich Ignis tatsächlich mag. Aber nicht nur das. Es ist auch der Moment, wo im Wesentlichen Noctis und Gladios Freundschaft zerbricht. Noctis gibt sich ganz seiner Schuldgefühle hin und verliert völlig seinen Biss, was Gladio so weit reizt, dass er ihn nur noch anpumpt. Du Losche! Eigentlich stark. Nur leider kommen wir aus diesem Stimmungstief nie wieder raus. Ignis beweist zwar bei einem fetten Bosskampf, dass er dem Team weiterhin als Stratege nützlich ist, aber es kommt nie so richtig zur Aussprache oder Aussöhnung zwischen Noctis und Gladio. Das Verhältnis der beiden bleibt stark abgekühlt und Noctis macht einfach mit seiner Mission weiter und Gladio kämpft für ihn, aber im Grunde nur noch aus Pflichtgefühl und nicht mehr so sehr aus Freundschaft. Diese kalte Stimmung passt zwar ganz allgemein zum Endgame, das ebenfalls durchgehend deprimierend ist, aber sie steht auch hart im Kontrast mit der Best Friends Forever Promisse von FF15. Ein großes Thema des Spiels ist also Freundschaft. Und im Großen und Ganzen gelingt es den Autoren, diese Komponente gut rüberzubringen. Doch wie steht es mit dem anderen Thema? Der Liebe? L'Amour? Hier geht es doch um eine Hochzeit, oder? Immerhin versucht Noctis über einen großen Teil der Spielzeit seine Verlobte, Luna Freya, zu treffen. Ich weiß nicht, ob ich nur für mich spreche, aber für mich ist es halt von Anfang an schwierig, viel Gefühl für eine Hochzeit zu empfinden, die aus politischen Gründen arrangiert wurde. FF15 versucht uns zwar klar zu machen, dass beide völlig d'accord damit sind, aber so richtig will der Funke nicht überspringen, denn dafür müsste es zwischen den beiden überhaupt mal funken. Luna Freya gehört zu den wahrhaftig uninteressantesten Figuren, die je meinen Bildschirm mit ihrer präsenzlosen Präsenz verkleistert haben. Sie ist im Wesentlichen Padme aus Star Wars. Soll heißen, ihr einziger Charakterzug ist, Pflichtbewusstsein, meine Pflicht dies, mein Schicksal das, ich muss den Prinzen unterstützen, blabliblub. Ich hatte einfach zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, hier die tragische Geschichte zweier Liebender zu erleben, die das Schicksal entzweite, obwohl die Bildsprache das ziemlich eindeutig von dir erwartet. Entschuldigung, dass mir nicht das Herz schmilzt, nur weil sich unser Pärchen gegenseitig belanglose Einzeiler ins Stickeralbum schreiben, welches mit der Hundepost hin und her transportiert wird. Darin teilen sie sich so intime Geständnisse mit wie, bei mir alles okay. Wow, die glühende Leidenschaft. Es ist schon problematisch, dass sich die beiden im Spiel so gut wie nie treffen. Fast alle gemeinsamen Szenen sind Rückblenden aus der Kindheit mit Dialogen aus der Yu-Gi-Oh Freundschaftshölle. Ich könnte noch ewig so weitermachen, aber ihr versteht, was ich meine. Lediglich er hier, Mr. Totally Not's Letzte Endgegner, ist ein Tick komplexer. Wenn du den DLC kaufst. Natürlich. In den 40 Stunden und mehr Hauptspiel war da unmöglich Platz für die Motivation des Antagonisten. Die Beziehung zwischen den Figuren ist etwas, bei dem FF15 uns als Rezipienten irgendwie außen vor lässt. Entweder ist das Verhältnis zweier Figuren schon vor Beginn der Handlung fest und fertig etabliert, oder das Verhältnis zu neuen Bekanntschaften entwickelt sich sprunghaft und nicht nachvollziehbar. Ich finde Yazi von Zero Punctuation hat die Sache mit den Charakteren in FF15 ziemlich gut zusammengefasst. Woran liegt das? Ich rede so lange über die Geschichte und die Charaktere, irgendwas muss ja hier sein. Aber wieso fühlt sich alles so flach und leer an? Das mag unterschiedliche Faktoren haben. Die Entwicklungsgeschichte von FF15, das immerhin 2006 das erste Mal angekündigt wurde, hat mehr Schlenker als die Urinspur eines Betrunkenen und Mr. Nomura mag ein guter Charakterdesigner sein. Manchmal. Aber sobald er ein großes Epos erzählen will, kommt bizarre Fanfiction-Grütze bei raus. Ich weiß, Nomura war nur in der frühen Entwicklungsphase an FF15 beteiligt, bevor er den Posten frei machen musste, aber seine Fingerabdrücke sind halt noch überall zu sehen. Der eigentliche Grund für die blassen Figuren liegt aber in meinen Augen bei der Franchise-Politik. Ob es nun aus mangelnder Zeit oder nur des schnöden Mammuts wegen war, Final Fantasy XV lagert einen beträchtlichen Teil seines Storytellings, Charakteraufbaus und Worldbuildings auf verschiedene zusätzliche Kaufmedien aus. Stellt euch mal vor, ihr schaut, das Imperium schlägt zurück. Aber wir bleiben die ganze Zeit nur bei Luke und alles, was Leia und Han erleben, wird hier nicht gezeigt, sondern nur irgendwo auf einer obskuren VHS-Kassette. Dann würdest du dich doch auch fragen, Moment mal, wieso sind Han und Leia denn jetzt plötzlich entpaar? Und wer ist dieser Lando, der da einmal kurz am Schluss auftaucht? So ging es mir ständig bei FF15. Der silberhaarige Möchtegern-Badass hier? Keine Ahnung, was ein dämliches Problem ist. Achso, dafür muss man den Film schauen und Episode Ignis spielen. Apropos der Film, Lady Langeweile herself, Luna Freya kommt in Kingslave ziemlich gut rüber. Nicht bahnbrechend, aber immerhin weiß ich jetzt ein wenig, wie sie so tickt. Warum ist Ardyn so eine klare Referenz an Satan? Tja, spiel mal lieber den Ardyn DLC, wenn du das wissen willst. Und wer ist eigentlich dieses Imperium, das wir die ganze Zeit bekämpfen? Wieso sind die so stark? Prompto DLC. Und wenn du dann noch wissen willst, wie die Handlung eigentlich gedacht war, bevor das Open-World-Konzept den Plot in alle Richtungen zerriss, hier ist ein Buch. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass ich dem zu viel Gewicht beimesse, aber ich glaube wirklich, dass FF15 legitim ein tolles Spiel hätte sein können, wenn man die wesentlichen Charaktermomente und Hintergrundinformationen der DLCs und des Films richtig ins Spiel verwoben und dort erzählt hätte. Und kommt mir jetzt nicht damit, dass ich ja nur die DLCs spielen brauche, um diese Dinge zu erhalten. So funktioniert auch kein Storytelling. Wenn ich ein leckeres Schnitzel bestelle, dann erwarte ich, dass die Soße mit auf den Teller ist und nicht, dass ich erst ein trockenes Schnitzel reinwürgen muss, um dann im Anschluss eine Tasse Soße auf einmal zu trinken. Aber man wollte eben zusätzlichen Reibach machen und hatte dabei keine Ahnung, wie man eine komplexe Story in einer Open-World erzählen kann. FF15 hätte ein tolles Spiel sein können, wenn es wüsste, auf welcher Hochzeit es tanzen will. So, und damit ist doch jetzt eigentlich alles erzählt, oder? Naja, also, außer vielleicht Gameplay, Spielwelt, Präsentation... FF15s Spielmechanik konzentriert sich vornehmlich auf zwei Aspekte. Reisen und Kämpfen. Wie erwähnt, versteht sich dieses Spiel als Open-World-Erlebnis. Soll heißen, du bist nicht auf einer Oberweltkarte unterwegs, die die Route des Helden abstrakt darstellt, sondern jeder Meter Weg ist tatsächlich so vorhanden und möchte von dir beschritten werden. Beziehungsweise befahren. Denn das Hauptfortbewegungsmittel ist das Automobil. Immerhin soll das hier so eine Art Road-Movie zum Selberspielen sein. Du erreichst die meisten Orte bequem mit der königlichen Karre und gehst dann die letzten paar Meter zu Fuß. Unterwegs genießt du die schöne Landschaft und hörst den vier Jungs beim Smalltalk zu. Manchmal sehen sie sogar unterwegs irgendwas, das sie interessiert und bitten, dich anzuhalten. Was du dann machen kannst oder sie abblitzen lässt. Das Auto darfst du dann noch tunen, aufpimpen, umfärben und mit potthässlichen Aufklebern verschandeln. In die Gestaltung des eigenen Traumautos kannst du einige Zeit investieren, besonders weil du die vielen unterschiedlichen Lacke erst freischalten musst, indem du in der Wildnis nach Farbstoffen suchst. Ich sag ja, die Jungs haben nichts besseres zu tun. Die meiste Zeit fährt übrigens Ignis, also die KI und du sagst ihm nur, wo es hingeht. Recht früh im Spiel bekommst du dann die Option auch selbst hinterm Lenkrad zu sitzen und so cool das zunächst klingt, so ernüchternd ist es dann in der Umsetzung. Du hältst einfach nur den Knopf zum Gas geben gedrückt und an Kreuzungen drückst du entweder in die eine oder in die andere Richtung. Du kannst nicht von der Straße runter und vielleicht abkürzen, du kannst keine coolen Crashs bauen, du kannst nicht mal die Gegenfahrbahn benutzen, du wackelst maximal in deiner eigenen Spur etwas hin und her. Sogar Dickdogs ließ dir da mehr Freiheit. Du musst nicht mal in Kurven irgendwas machen. Es gibt wirklich keinen Grund, nicht einfach Ignis fahren zu lassen. Es sei denn, du hast Spaß dran, mehrere Minuten eine Taste gedrückt zu halten. Zumindest bis... haha... bis du den großartigen Monster Truck bekommst. Dieser kam mit einem der Patches ins Spiel und erlaubt endlich echte Mobilität. Du kannst jederzeit vor der Straße abfahren, durch die Botanik kacheln, bei Dungeons direkt vor der Eingangstür halten, Monster rammen und hüpfen. Bahne frei Kartoffelbrei. Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ja, jetzt hält uns nichts mehr auf. Ja! Gegen Ende des Spiels fliegt das Auto sogar, wenn du ein paar verschiedene spezielle Autoteile findest. Was cooler klingt, als es ist. Es gibt nur eine neue Sache damit zu entdecken, einen atmosphärischen, aber verdammt nervtötenden Jump'n'Run Dungeon. Weil Hüpfeinlagen in RPGs schon immer eine tolle Idee waren. Das Problem ist, du kannst nur auf Straßen landen, weshalb du die entlegeneren Winkel der Welt weiterhin besser mit dem Jeep erforscht. Zum entspannten Rumfliegen wie als Birdman in Pilotwings 64 ist es aber ganz chillig, wie ihr Jugendlichen sagen würdet. Ein weiteres Fortbewegungsmittel ist der Chocobo. Final Fantasys ikonische Reithühner. Die Viecher waren die ursprüngliche Offroad-Option, die durch die Ergänzung des Trucks ziemlich an Relevanz verloren. Sie sind eigentlich immer noch ziemlich gut und weit auswendiger als der Dicke Brummi. Aber ebenso unfassbar uncool wie immer. Ich kann Chocobo's nicht leiden. Außer Theo. Eine meiner Lieblingsmethoden, um von A nach B zu kommen, ist tatsächlich zu Fuß. Und das liegt zu einem Großteil daran, dass die besten Musikstücke des Spiels dann ertönen, wenn dich die Wanderlust packt. Es dauert zwar ewig, bis man irgendwo ankommt, aber die meiste Zeit herrscht sowieso eine derart entspannte Atmosphäre, dass es ganz passend ist. Und hier, hier haben wir das, was ich an Final Fantasy 15 am meisten schätze. Die Stimmung. Also die Stimmung vor dem drögen Endgame, wo alle eine Portion Trauerklos verspeisen. Die Welt steckt voller unterschiedlicher Schauplätze unter freiem Himmel, die du ohne Druck erkunden kannst. Abends wird zusammen gezeltet, gekocht und geredet. Und frühs geht's wieder auf den Weg und seinen Müll lässt man einfach liegen. So wie sich das für reiche Spießer aus der Großstadt gehört. Es herrscht eine melancholische Verlassenheit. So als ob in dieser Welt schon viel passiert ist. Als ob hier alles voller Geschichten ist, die keiner mehr erzählt, außer den Ruinen ihrer früheren Bewohner. Stillgelegte Industrieanlagen, die langsam von der Natur zurückerobert werden, weil der technische Fortschritt diese Bauten überflüssig machte. Und das alles ergibt erzählerisch Sinn. Da ein Großteil des Spiels um das Auto herum gestaltet wurde, muss die Spielwelt dementsprechend modern bis futuristisch sein. Teils ist sie sogar dystopisch gehalten. Ich bin total gerne unterwegs, einfach mal irgendwo ausgestiegen, um mir irgendwelche Konstrukte oder Landschaftsmerkmale anzusehen oder um zu schauen, ob sich nicht irgendwo ein Abenteuer finden lässt. Nein. Es gibt zwar eine große Welt zu erkunden, aber nicht viel zu entdecken. Wenn du also bei allem, was du tust, eine Belohnung erwartest, dann wird dir diese Open World hier nichts geben. Wenn du so wie ich aber in Freelancer einfach nur gerne durchs All bummelst, bei Skyrim einfach nur gerne durch die Berge latscht oder bei Spider-Man einfach nur gerne durch die Stadt schwingst, dann wird dir auch F15 gefallen. Stell dir das Spiel vor wie Bildungsurlaub, den du von deinem Arbeitgeber bekommst. Die meiste Zeit genießt du einfach deinen Aufenthalt und die Atmosphäre des Urlaubsortes und zwischendurch musst du halt mal ein bisschen was für die Arbeit machen. Teil 15s größte Stärke ist also selbstbestimmtes Spielen. Leute, die gerne grinden, kennen das auch. Ich gehe zwar nicht konkret auf Monsterjagd, um meine Zahlen hoch zu pushen, aber mich beim Wandern nebenher etwas zu balken, macht trotzdem Spaß. Es ist ein Spiel, bei dem ich mich abends mal eine Stunde rumtreiben kann und den Kopf dabei abschalte. Darum lasse ich auch immer Ignis fahren. Ich hol mir dann Kaffee und Cruise vom einen Ende der Map zum anderen und suche mir selbst unterwegs was zu tun. Leider ist vieles von dieser Freiheit Fassade, denn die Welt wirkt nur viel offener als sie eigentlich ist. Irgendwann rennst du gegen einen der vielen Zäune, Felswände oder Buschbarrieren und musst umdrehen. Es ist sehr ärgerlich und reißt ein total aus der Emission raus und es ist irgendwie oft gefühlt auch einfach unnötig. Ich weiß noch, ich wollte einmal zu einer anderen Ortschaft querfeldein durch den Wald laufen, anstatt das Auto zu nehmen. Und das Spiel ließ mich einfach nicht. Egal wie weiträumig ich den Bogen noch schlagen wollte, ich musste am Ende zum Auto zurücklatschen und die Straße nehmen. Eine andere Sache, die mich an dieser Spielwelt störte ist, dass es viel zu wenig Städte gibt. Genau genommen gibt es nur zwei. Die beiden sind hübsch anzusehen und es gibt viele Sidequests darin, aber das ist mir einfach nicht genug. Der Rest der Welt besteht lediglich aus Raststätten und Tankställen. Die beiden großen Metropolen, Insomnia und Schniefelheim sind hingegen nur Dungeons und nicht das, was du unter besuchbaren Städten in Open-World-Spielen verstehst. Dadurch wirkt die ganze Welt einfach sehr leer. Worum kämpfen die beiden Reiche überhaupt? Um die weiten, menschenleeren Monster verseuchten Quadratkilometer der öden Tundra? Ich schätze, das ist einer der Preise, den man bezahlen muss dafür, dass es innerhalb der offenen Spielwelt quasi keine Ladezeiten gibt. Das hilft schon ziemlich bei der Immersion, wenn du irgendwo reingehst und da nicht dauernd von Ladebildschirm mit Spieletipps unterbrochen wirst, sondern du gehst halt einfach so rein und raus. Gerade bei Verliesen finde ich das ziemlich angenehm, diesen geschmeidigen Übergang. Ein anderer wirklich cooler Aspekt an der Spielwelt sind die Nächte und wie diese aufgebaut werden. Von Anfang an versucht dir FF 15 Angst vor der Dunkelheit zu machen. Deine Gefährten drängen darauf, einen sicheren Unterschlupf zu suchen, sobald es dämmert. Ignis weigert sich zu fahren nach Anbruch der Nacht und Prompto macht sich Prompto in die Hose, wenn du dennoch nach Sonnenuntergang Ausflüge machst. Und warum? Im Dunkeln, da kommen die Siecher raus. Siecher sind besondere Monster, die eng mit dem Plot verwoben sind und die nur in der Dunkelheit erscheinen. Also nachts oder in Verliesen. Sie sind gerade zu Beginn des Spiels oft höher im Level als du, manchmal so viel höher, dass du bei einer Begegnung nur wegrennen kannst. Außerdem haben sie eigene Musik, die so richtig schön nach Chaos und Panik klingt, während dir die Biester im Nacken sitzen und du schreiend und heulend zum nächsten Refugium oder einer rettenden Raststätte rennst. Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie gut und konsistent gut die Idee der Siecher ins Spiel implementiert ist. Immer wenn du denkst, das Prinzip sei langsam abgedroschen, da zeigt die FF 15 irgendwas Neues. Als Erwachsener ist das zwar nicht mehr so wirkungsvoll, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre acht oder neun Jahre alt und hätte damals FF 15 gespielt, ich hätte sowas von panische Angst vor den Nächten in diesem Spiel gehabt. Hier stimme ich darum mal dem Angeberspruch zu, der bei jedem Spielstart gezeigt wird. Ein Final Fantasy für Fans und Neueinsteiger. Denn ich denke, dieser Aspekt hier kann beide Zielgruppen gleichermaßen beeindrucken. Außer, dass Bomber zu den Sichern gehören. Sorry Square, aber Bomber werden niemals gruselig sein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Handlung endet das Reisen in der Open World. Und das Spiel wird extrem linear. Ich meine, du sitzt dann einen Großteil der Zeit im Zug. Viele Jahre geht's eigentlich nicht. Und da der größte Teil der Spielzeit von Sidequests ausgefüllt wird und die Hauptgeschichte eigentlich für sich genommen recht kurz ist, ist dieser Punkt schon so ab circa der 70% Marke erreicht. Und da muss ich sagen, dass das Spiel qualitativ anschließend arg abstürzt. Die Zugidee ist ganz nett, recht erfrischend nach der vielen Zeit im PKW. Aber im Grunde tauschen wir das Beste an FFXV gegen braune Schlammgruben, schlechte Laune, eine Beschützer-Mission und dann einen gefühlt endlosen Dungeon, der nur aus grauen Gängen und den immer gleichen Feinden besteht. Und jeder Menge schlechter Laune. Kurz gesagt, ich habe mir jede Minute dieses Kaugummi-artigen Abschnitts gewünscht, wieder in die Open World zurück zu dürfen. Und scheinbar ging's nicht nur mir so. Denn die Macher haben tatsächlich einen Weg eingebaut, um wieder zur eigentlichen Spielwelt zurückzukehren, selbst wenn diese in der Handlung eigentlich schon untergegangen ist. Dank Zeitreisehund. Mit dem Zeitreisehund, entschuldigung, ich kann das nicht sagen ohne zu grinsen, äh, kannst du in die Open World zurückreisen und dort so lange bleiben und questen wie du willst. Und man fragt sich, warum Noctis nicht einfach für immer dort bleibt, statt in die leere, hoffnungslose Zukunft zurückzukehren. Nicht wahr, Trunks? Die Nebenaufgaben sind größtenteils Monsterjagden, Fotos schießen, angeln und zusätzliche optionale Dungeons besuchen, die von cool über interessant bis zu was soll dieser Gimmickmüll hier rangieren. In diesen Verliesen tummelt sich jede Menge Feindeskram und dieser möchte entsprechend bekämpft werden in dem komplett actionfokussierten Kampfsystem. Jawohl, ein Final Fantasy ohne rundenbasierte Kämpfe. Einfach nur draufhauen, ausweichen, aufleveln. Die Schlachten sind meistens ein ziemliches Tohuwabohu, weshalb das eigentlich ganz brauchbare Kampfsystem oft zu blindem Knöpfchen hämmern bzw. Knöpfchen gedrückt halten ausartet. Strategie kommt durch ein paar verschiedene Faktoren rein. Manche Gegner nehmen bei bestimmten Waffengattungen mehr oder weniger Schaden. Es gibt Langschwerter, Dolche, Zweihänder, Pistolen und vieles mehr. Noctis kann dabei jede Waffe verwenden, während seine Gefährten auf bestimmte Arten spezialisiert sind. So ähnlich ist es auch mit der Elementarmagie, wobei ich diese nur sehr selten eingesetzt habe, weil sie Friendly Fire hat und flächendeckend wirkt. Es gibt also kaum eine Möglichkeit, seine eigenen Leute nicht damit zu treffen. Dazu kommen verschiedene Spezialangriffe, hinterhältige Angriffe, Teamangriffe sowie Noctis hervorstechendste Eigenheit im Gameplay, Teleportation. Teleportation ist eine der vielen Gaben, die Noctis einfach so hat. Weil er halt ein Prinz ist. Damit kann man Gegner im Kampf überraschen, schnell die Position wechseln und sogar von höher gelegenen Punkten das Schlachtfeld überblicken und einen erneuten Überraschungsangriff starten. Teleportation ist ein sehr spaßiges Feature, das leider nur im Kampf Anwendung findet und um Sachen wegzuerklären, die keiner gefragt hat. Zum Beispiel warum die Figuren plötzlich Waffen haben, wenn Feinde auftauchen. Anscheinend können den Mitglieder der Königsfamilie ihre Teleportgabe in geringerer Form an Gefährten ausborden, damit diese Waffen von und zu sich aus der Hosentaschendimension beamen können. Sehr praktisch jedenfalls. Etwas zu praktisch vielleicht, denn dann stelle ich mir in solchen Momenten die Frage, warum klettert Noctis hier die Leiter hoch, anstatt sich einfach hochzuzappen? Der Schwierigkeitsgrad von Fe15 ist übrigens eher niedrig. Man stirbt eigentlich nie, egal wie leichtsinnig und plump man sich im Kampf verhält. Es gibt so viele Auffangnetze, durch die Noctis plumpsen müsste, um ein Game Over zu sehen, dass sich Frust eigentlich nur auf die manchmal sehr unübersichtlichen Dungeon beschränkt. Besonders die Kanalisation ist absolut grauenhaft und wie immer das schlechteste Level im Spiel, wie in jedem Spiel. Dabei ist Fe15 ansonsten, ihr seht es selbst, sehr hübsch gehalten. Zumindest die Oberwelt. Die Verliese sind optisch meistens ziemlich unspektakulär, während man das Gefühl bekommen kann, dass alle Grafikressourcen in Altissia, dem Venedig dieser Welt, gepumpt wurden. Die Stadt sieht wirklich wunderschön aus und die Macher haben dafür gesorgt, dass du oft Gondel fährst und dabei ihre Arbeit bestaunen dürfen musst. Die Charaktermodelle gehen alle, naja, größtenteils echt in Ordnung. Gerade unsere Boygroup. Keine Ahnung, was den Designer geritten hat, Gladio eine Fukuhila zu geben. Vielleicht, weil er die Statur eines Wrestlers hat und dann kann er auch eine Frisur wie ein Wrestler haben. Ein paar der Nebencharaktere sehen dagegen in der Nahaufnahme ziemlich schäbig aus. Die Ministerin hier ist so ein ganz heißer Uncanny Valley Kandidat. Das ist aber alles nur so klein Kram. Wenn ich an der Optik etwas zu kritteln habe, dann die oft nicht sehr einfallsreiche Gestaltung der Fauna. Bei den Monstern sind es oft die üblichen Verdächtigen der Final Fantasy-Reihe. Oder Giraffen und andere Pseudo-Tierwesen. Die Midgar Solom ist ganz cool, aber halt nur ne Referenz an FF7 und kein wirklich eigenes FF15-Monster. Jedenfalls! Einfallslose Monster und Tiere und das betrifft besonders das ohnehin schon langweilige Angeln. Wieso sehen die alle wie echte Fische aus? Das hier ist ein Fantasy-Universum, warum keine abgefahrenen Fantasiefische? Los ihr Schlauberger von Square Enix! Ihr könntet hier eurer Kreativität freien Lauf lassen. Und wenn schon nicht kreativ, dann lasst mich wenigstens eine Riesenkrake angeln! Verdammt, eins Riesenkraken machen doch alles besser! In puncto Musik gefällt mir FF15 am besten, wenn es ruhig zugeht. Die Stücke Wanderlust und Sunset Waltz gehören inzwischen zu meinen Lieblingsthemen des Final Fantasy-Franchises überhaupt. In ihnen steckt all die Freude und Wunder des Erkundens, kombiniert mit der Melancholie einer verletzten Welt voll Vergänglichkeit. Der restliche Soundtrack ist okay. Nichts, was ich mir abseits die eben genannten Stücke im Alltag anhören würde, aber völlig solide. Naja, einen Ausreißer nach unten gibt's da schon, weil FF15 da leider viel zu realistisch sein will. Nämlich, im Radio läuft nur Schrott. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann kommen dafür eigene Lieder im Radio. Und hier schwächelt der Soundtrack gewaltig. Zum Glück gibt's das coole Feature, dass du unterwegs an der Tanke-CD kaufen kannst mit Soundtracks vergangener Final Fantasies. Nice, da kauf ich mir doch den FF7-Soundtrack. In dem Spiel gibt's ein paar entspannte Tracks, die für die sonntägliche Spazierfahrt bestens geeignet sind. Costa del Sol, A Head on Our Way, Under the Rotten Pizza. Nur leider sind die nicht dabei. Es ist nur eine kleine Auswahl der Soundtracks und diese Auswahl ist ziemlich bescheiden. Zumindest wirkt sie nicht sehr durchdacht im Hinblick darauf, in welchem Kontext sie spielen wird. Das Ehres-Thema? Ja klar, genau so was höre ich mit meinen Kumpels, während wir im Cabrio durch die Gegend düsen. One Winged Angel? Mal so richtig dramatisch mit Götterchor über die Landstraße. Oder mein Favorit, das Genova-Thema. Ah, perfekt. So geht entspannter Roadtrip. Ein Käffchen, ein gutes Buch, die warme frische Luft um die Nase und psychodelisches Gedudel über Alienparasiten. Die Wahl der Sprecher finde ich im Großen und Ganzen sehr passend und teilt sogar hochwertig. Nur irgendwas muss bei der Regie schiefgelaufen sein. Namenhafte Sprecherinnen und Sprecher wie Dina Kürten, die immerhin Elsa bei der Eiskönigin und, äh, Pummeluf in Super Smash Bros. Ultimate war, kommt hier so was von Hölzern rüber. Und das liegt meiner Meinung nach nur bedingt an der Leistung der Person vorm Mikro. Wie kannst du so etwas sagen? Ich bin ja eh dafür, dass man Pizzatuna Freyas stinklangweilige Ansprache ans Volk etwas realistischer hätte vertonen sollen. Sie steht auf einem Platz mit hunderten Menschen. In einer Stadt, die von Wasserfällen umgeben und von Aquädukten durchzogen ist. Und sie spricht mit normaler Lautstärke, ohne ein Mikrofon zu haben? Ich finde, das müsste so klingen. Ich glaube, du bist auf Mute. Wirklich auffällig wird es dann in dem Zugabschnitt. Du Lusche! Ja, genau. Aus dem Zugabschnitt kommt zum Beispiel dieser tolle Ausruf. Oder wenn dann Ardyn auftaucht und Noctis die ganze Zeit verhöhnt. Beruhig dich! Du machst mir richtig Angst! Hilfe! Du machst mir richtig Angst! Genug mit dem Spaß jetzt! Hör auf! Diesmal redest du dich nicht raus! Sieh jetzt rausreden! Du machst mir ja richtig Angst! Das ist doch ein professioneller Rundfunksprecher. Wieso klingt er hier wie das Laientheater der Schauspielgruppe Klein Kleckersdorf? Wieso hat in der Regie niemand gesagt, dass wir vielleicht doch noch einen zweiten Take machen sollten? Ich dachte, wir sind Freunde. Willst du mich wirklich umbringen? Natürlich! Du entkommst mir nicht! Wie war das? Ein Final Fantasy für Fans und Neueinsteiger? Weder noch. Stell dir vor, Skyrim und Bloodumen 2 hätten ein Kind, das in Japan aufwächst, dann hast du FF15. Es ist ein grafisch hübscher, aber anspruchsloser Wandersimulator, mit dem sich sehr gut Zeit tot schlagen lässt wie Skyrim. Es steckt eindeutig Budget drin und dennoch ist es von vorne bis hinten ein Festival des Trashes wie Bloodumen 2. Und das alles verpackt als JRPG. Ich hatte jedenfalls ne Menge Spaß mit diesem Machwerk und werde auch in Zukunft bestimmt immer mal wieder ein bissel durch die einsamen Lande ziehen und Ignis anschmachten. Alle stehen auf Ignis. scope zwei 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 Untertitelung des ZDF, 2020